Yo, heute werde ich zeigen, wie man durch das Labyrinth bei The Hound kommt. Es ist ziemlich einfach, wenn man sich an eine einfache Regel hält. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir gehen einmal ins Labyrinth rein und ich zeige euch den allerschnellsten Weg. Wahrscheinlich nicht den schnellsten, aber den einfachsten. Wir halten uns erstmal rechts. Einfach Rechtsseiten. Rechtsseiten, Rechtsseiten. Rechtsseiten, Rechtsseiten, Rechtsseiten. Immer Rechtsseiten bis hier. Hier nehmen wir diesen Abzweig. Und dann einfach weiter Rechtsseiten. Immer auf der rechten Seite gehen. Wenn es rechts nicht weiter geht, dann halt ein bisschen nach links. Aber immer schön Rechtsseiten. Und dann gehen wir durch dieses Portal hier durch. Von hier aus. Wenn man sich hier überall Rechtsseiten fühlt, ist es zu nichts. Deswegen gehen wir hier gerade durch. Hier, dann da lang. Und sobald wir halt hier sind, dann müssen wir uns wieder Rechtsseiten. Und zwar da hinten in der Ecke sieht man kaum. Aber hier müssen wir durch. Durch diesen Zweig. Und dann wieder nur Rechtsseiten. Und dann führt uns Rechtsseiten halt wirklich weiter. Wir gehen hier lang. Hier einfach Rechtsseiten. Auch hier Rechtsseiten. Immer auf der rechten Seite bleiben. Und auch wenn wir uns Rechtsseiten, landen wir irgendwann ziemlich weit links vom Labyrinth. Aber das ist in Ordnung. Denn da wollen wir hin. Wir halten uns immer Rechts. Wenn es nicht nach Rechts geht, gehen wir halt da lang, wo es lang geht. Aber immer an der rechten Wand bleiben. Und dann kommen wir tatsächlich zum Ziel hin. Auch hier sehen wir, das ist eine Sackgasse. Dementsprechend gehen wir hier lang und schön Rechtsseiten. Hier auch Rechtsseiten. Immer Rechtsseiten. Hier rechts. Und hier ist eine Sackgasse. Dementsprechend gehen wir dann hier lang und halten uns hier wieder Rechts. Sind jetzt schon auf der ganz linken Seite vom Labyrinth. Aber wir halten uns weiterhin Rechts. Hier auch weiter Rechtsseiten. Das ist eine Sackgasse. Aber hier geht es weiter. Hier geht es einfach weiter. Immer Rechtsseiten. Und auch hier können wir uns Rechts halten. Und dann gehen wir hier rum. Und auf einmal sind wir schon da. Das ist das Ziel. Hier müssen wir hin. Und da vorne steht auch schon weiterer Noob. Und wir können uns die Necklace einsammeln. Haben jetzt die Necklace. Wenn wir sie ausrüsten und dann links klickdrücken, kommen wir zum Teleportraum. Und können uns hin teleportieren, wo wir wollen. So einfach geht das. Ich habe extra diesen zweiten Account jetzt genommen, um es darüber zu zeigen. Gern geschehen.